alles klar freunde neue aufnahme session und ich bin genau hier wieder gestartet so lustig ich sehe mich da ganz gut selbst wie die wasser freunde recht herzlich willkommen zurück zu portal 2 so ankündige so portal 2 richtig episch so ein bisschen blöd ich habe es natürlich nicht informiert wie man hier lang kommt also der knapp ich idiot heute das vorher noch nicht ausprobiert hammer geil so einfach geht es aber das letzte mal nicht gemacht mein hund bellt schon wieder aber da ich jetzt ein neues mikrofon habe was ja nieren charakteristik hat womit nur am vorderen teil wirklich explizit aufgenommen wird das heißt da wo ich anspreche sollte das nicht mehr so laut zu hören sein so da sind weitere turrets jetzt gesagt habe ich jetzt komme ich da rein da muss ich wahrscheinlich den laser reinlocken aber das problem ist dass das das kommt doch nicht durch scheiben durch oder das habe ich schon mal ausprobiert entschuldigung ich kann das noch mal ganz schnell ausprobieren probieren kostet ja nichts und hör auf krisen wo könnte sein dass meine mutter zurückkommt aber es ist gut aufgegangen ach so das ding hier geht tatsächlich durch scheiben meine güte okay geht echter laser glaube ich auch ich bin halt eine physik geht eigentlich aber mit sowas habe ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt warum will ich das wieder rausnehmen warum gehe ich da nicht einfach durch ich traue meine güte ich mache mir nur scheiße ach so ich würde fragen warum bin ich nicht da lang gegangen aber da ist ja die scheibe vor die melodie kenne ich ich weiß jetzt aber nicht was das für ein lied ist wenn ich ehrlich bin was hat der glados da gerade für ein auftrag warum hat die so gesund diese melodie ich weiß nicht was das ist ich habe mir eigentlich extra vor der aufnahme die nase geputzt aber irgendwie wieder alles so gut ich weiß nicht wofür der preis war jedenfalls nicht für immunität gegen nervengift mhm mhm vorab gebrochen was wir sagen ich habe mir eigentlich extra vor der aufnahme die nase geputzt aber irgendwie schon wieder alles so versteht ja versteht das problem ist nicht gar nicht mal so cool so da ist laser der wird da rein theoretisch direkt reingehen wird der okay der wird vom block aufgehalten das heißt wir machen das mal so und so achso mist äh so das ist da aber nennöner ich heiße mit blauen Sätze geht das nicht bis dahinten hin erst mal die kamera abmachen ähm machen wir das denn jetzt lass mich nachdenken ach guck mal da unten ist ein knopf achso moment oa reingelaufen ich weiß nicht ich habe immer noch das gefühl dass ich einen leichten delay habe aber nur beim laufen beim maus bewegen ist alles perfekt aber wenn ich laufe ist erst kurz danach irgendwie verstehe ich warum ist voll merkwürdig aber es ist trotzdem noch oben achso das macht die tür auf ich verstehe kann ich moment mal wenn ich jetzt ne oh warte mal ganz kurz ich hätte vielleicht glaube dass ich mit der brücke den laser aufhalten kann das geht auch nicht ich bin verwirrt vielleicht ist da oben irgendwas das sieht gerade so aus Nee, von hier kommt... Okay, hier ist wirklich was Mit Water Oh Was ist der da dran? Coffeework Okay Hm Da steht auch was dran Kannst du aber nicht lesen Warte mal Das kann man schräg aufnehmen Ja Oh, ich kann das nicht lesen, ey Like Work Hate The Boss Nee, my boss Weiß nicht Was mit meinem Boss hassen? Okay Ach du Scheiße Okay Warum mach ich denn so ein Delay? Oder kommt mir das nur so vor? Das soll so sein Hm The bell invites Here is a turret For it is Nell Kenn ich nicht das Wort That someone's Someone's That someone's to heaven Or to hell Nell hell Okay, okay Was heißt Nell Knell Ich kenne das Wort nicht Wer oben ist Ich kann ja ranzoomen Die Teenicity Aha Ist ja alles recht interessant Wie viele Tasten hier sind Was soll denn das? Hier sind wieder die Beans Kennen wir ja alle noch Dead? Nee, weiß ich nicht Best Dead Wahrscheinlich sowas I hate Monday Okay Müssen wir das auch schon mal Aber ist denn meine Nase jetzt wieder so kacke? Was soll denn das? Muss ich mir jetzt gerade alle angucken hier Ist wieder coffee work glaube ich Hm Ich weiß es nicht Geh mal ganz schnell wieder raus Was steht da? The This thing like seeing Only not with my eyes Hatten wir auch schon mal Glaube ich Ich nehme mal den Wasserbottich mit Das ist gut Hm 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 Dennoch verstehe ich das Rätsel immer noch nicht Pass mal auf hier No Ich werf das mal in den Laser Ich will mal wissen was dann passiert Okay Voll gecheatet Aber das bringt mir glaube ich auch nichts Oder? Hm Ich Verstehe des Rätsels Lösung nicht Ich komm Nee das Ding muss schon unten sein Aber das geht ja nur wenn das Wenn der Laser aufgehalten wird Man muss das ja per Hand weg machen Das bringt's Hm Hm Ich verzweifle Meine Güte Komm schon Wasserbottich Hilf mir Ich muss irgendeinen Mechanismus auslösen Der den Laser da wieder Reinschießt Äh Aber das geht doch nicht Ist doch total bescheuert Ich verstehe es nicht Hier war ja Nee hä Wo war Wo war denn der Geheimgang Wo ich eben reingegangen bin Hm War der nicht da Dann ihm nicht Ich check's einfach nicht Der Würfel Den darf ich nicht nehmen Alles mit dem Wasserbottich Ist bestimmt auch eigentlich nicht so geplant Hey was soll denn das Wie geht denn das Ich kann ja auch den Laser nicht umlenken Mit Portals Geht ja auch nicht Hä Hä Wie geht denn das Oh ich muss grad mal ganz genau nachdenken Öh Hö Ohrarbeiten kann ich mich ja auch nicht. Kann ich da rein? Geh oder? Einen Ducksprung gibt es auch nicht, einen Dodge Jump, wenn man das so nennen kann. Was zur Hölle? Wahrscheinlich ist das Rätsel zu lösen eigentlich total einfach und ich texte einfach nur nicht. Das Spiel ist doof. Ich kann ja auch nicht. Warte mal, ist dieser Weg hier, ist genau über dem Schalter. Das hat doch bestimmt irgendwas zu sagen. Das fände ich jetzt. Pass mal auf. Den Würfel nochmal mitnehmen und davor stelle. Ich habe zwar jetzt den Wasserbottich, aber das ist jetzt egal. Weg damit. Wenn ich jetzt mal... Moment. da was setze. Ich muss jetzt irgendwie schaffen, dass der jetzt dahin fliegt. Aber das geht ja nicht. Das Spiel verrückt mich. Moment. Oh. Ich Idiot. Okay, ich habe es verstanden. Oh. Oh. Okay, ich muss jetzt hier rauf und irgendwo ein Portal setzen, damit das runterfliegt auf den Schalter. Natürlich. Guck mal. Zack. Und ich fahre hoch. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Schön. Haha. Ich glaube, ich hing da gerade 10 Minuten oder so an diesem Rätsel. Oh mein Gott. Das Spiel... Da muss man schon ein bisschen nachdenken. Habe ich auch das Gefühl, dass die Rätsel schon ein bisschen anspruchsvoller sind als in Portal 1. Finde ich zwar gut, aber... Ne? Oh. Teil 4 schon. Hat Glaubers was zu sagen? Äh. Holy. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Ne. Überraschung. Äh. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Was? Meine Eltern? Haha. Das sieht anspruchsvoll aus. Ich nehme einfach meinen Stuhl mit. Ne, kann ich gar nicht. Oh, kann ich den nicht aufnehmen? Das ging doch früher immer. Äh. Oh. Aua. Wie weit kommt denn dieser Turret? Bitteschön. Nein. Vielleicht muss ich mich jetzt langsam vorab... Oh, scheiße. Nein. Hm. Hm. Ich geh da mal grad rüber. Oh. Alter. Der Raum ist zu groß. Frame Rate Einbruch. Hilfe. Oh. Turret, hör auf nicht abzuschießen. Kann ich hier irgendwo ein Schutzschild aufbauen? Nicht wirklich. Ah, ich kann ihn immer so vor mich setzen. Haha. Ist ja cool. Ich abschieße. Zack. Ah. Was ist das? Ah. Oh, wie? Irgendjah. Da hab ich jetzt nicht sonderlich viel nachgedacht. Äh. Alter, der sieht mich hier oben schon. Ich glaube, es ist erstmal gar nicht so eine schlechte Strategie, sich vorzuarbeiten. Aber da hinten musste ich mir was anderes einfallen lassen. Da ist der Laser. Allerdings kann ich hier nichts auf den Boden setzen. Ich kann mal versuchen. Aua. Okay, der Laser geht wirklich durch Brücken durch. Wow. Sehr interessant. Rätsel. Er muss nachdenken. Kann ich doch gar nicht. Da oben komme ich auch nicht rauf. Ne, das geht ja auch nicht. Hm. Das Spiel wird ja immer schlimmer. Aua, warum sie... Warte mal, ich kann das aber da hinsetzen. Das größte Problem, dass der da mich trifft. Mann, ey. Das Spiel ist uneinfach. Das wird jetzt schon anspruchsvoller. Aber kann's ja auch ruhig. Aber ich krieg diesen Laser ja nicht umgelenkt. Ich brauch ja wenn schon so einen Würfel. Und da hinten ist sogar ein Würfel. Aber dafür brauch ich einen Knopf. Knopf. Und Knopf ist hier irgendwo nirgendwo. Irgendwo nirgendwo. Irgendwo nirgendwo. Ups. Habe ich glaube ich gerade irgendwie ein falsches Portal gesetzt. Damit komme ich ja auch rüber. Aber, aber Turret. Ich mag den Turret nicht. Vor allen Dingen mag ich's nicht, dass ich da nicht hinkomme. Ne. Ne. Keine Chance. Ich brauche eine Idee. Ich komme ja auch nicht von der Seite da hoch. Das ist ja der Quatsch. Ja komm mal die Idee hatte ich ja auch schon. Ich muss da jetzt hochkommen. Ganz hoch springen. Dann würde ich jetzt auf dieser Plattform sein. Und da würde mich vielleicht schon nicht mehr treffen. Aber. Oh. Ich kann hier nirgendwo was setzen. Ich kann mal was versuchen. So. Der sieht mich gerade nicht. Achso. Doch. Jetzt bin ich ja schon mal hier. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Oh. Falsche Seite des Portals. Ah. Das heißt des Portals. Der Brücke. Slash Schutzschild. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Das bringt hier irgendwie überall nicht viel. Ah. Na gut Freunde. Ich würde sagen. Äh. Porte 2 ist für heute auch wieder zu Ende. Und im nächsten Part werden wir mal gucken. Ich setze aber irgendein Portal. Weil ich es lustig finde. Oder so ähnlich. Freunde. Ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Porte 2 wieder. Ich guck mal. Irgendwie müssen wir uns hier im nächsten Part mal was einfallen lassen. Wahrscheinlich kommt mir die Lösung sobald ich den nächsten Part anfange wieder. Finde ich super. Und dann Freunde. Äh. An dieser Stelle. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.